Seid ihr nicht die beiden vom Talk der offenen Tür? Ja, ja. Ja, ich wollte hier einen Platz, also ich wollte mal gucken. Ist da noch frei? Da ist ein Platz. Ja, ist frei? Ja, klar. Dann nehme ich den, das ist sowieso schon Fun. Was hier alles so rumläuft, ne? Krass, krass.